hallo ich bin es wieder vom kanal stromrhein spaß raus dieser kanal wird gesponsert von shop4tesla hallo liebe elektroautofahrer ich hatte hier am 21 januar 2023 angefangen mit diesen ladetarif videos habe mir wieder ladekarten vorgeschlagen die eben interessant waren und preiswert waren mittlerweile sehe ich hier preis um 1 euro 1 pro kilowattstunde stellen weil es 1 21 pro kilowattstunde und das höchste was ich gefunden habe ist 1 euro 39,1 pro kilowattstunde also das ist ja echt schon wahnsinn und warum kann ja hier in rüsselsheim zum beispiel an den städtischen ladesäulen der strom für 29 cent verkauft werden und woanders muss ich 50 60 70 cent pro kilowattstunde bezahlen das geht echt nicht so weiter leute und jetzt gibt es aktuell hier ein angebot von elektroverse das habe ich schon ein paar mal vorgestellt das ist ja ein energieversorger aus england da kann man sich sogar eine ladekarte für bestellen und die haben jetzt ganz aktuell wirklich tolle preise bei den pfalzwerke ladesäulen also bei hornbach globus und so weiter bei diesen ganzen baumärkten und auch bei enbw kann man laden für 49 cent pro kilowattstunde wer mag verwendet den registrierungslink in der video beschreibung und erhält dann nach der ersten ladung fünf euro gut geschrieben was halt ihr von dieser aktion so das war es erstmal für heute wenn einer noch einen guten tipp hat gerne per e mail oder per instagram an mich wenden und dann gibt es wieder ein neues video von mir dankeschön übrigens habe ich in einem meiner letzten videos eine excel tabelle veröffentlicht wo ihr quasi eure kilometerzahl eintragen könnt und könnt herausfinden welche ladekarte am besten war ich passt schaltet einfach mal rein übrigens alle links zu diesen ganzen informationen findet ihr in der video beschreibung wie immer alle angaben ohne gewehr schaut bitte immer in die agbs rein bevor was bestellt denn alle tarife können sich natürlich täglich wieder ändern ein like von euch fände ich total super und über ein abo wäre ich total dankbar wenn ihr die glocke drückt kriegt immer die neuesten videos von mir und danke fürs zuschauen